Tanzen, ihre Passion, sollte zum Beruf werden. Aus gesundheitlichen Gründen wechselte sie vom Tanz zu Yoga an die Yoga University in Villere. Ist also eine Profi-Yogin. Nach dem Lehrgang, als sie ihren Lehrer Reinhard Gammenthaler, den letzten Schüler des legendären indischen Yogis und Gurus, die Rendra Brahmachari, kennenlernt. Solche Absolutismen im Zusammenhang mit Realitäten der Erde deuten doch eindeutig auf Menschen hin, die geistig nicht sehr entwickelt sind. Da gibt es nun halt einfach Unterschiede, grosse Unterschiede. Und wenn sie ein System wählen, dann haben sie auch den Anspruch zu erfahren, was das kann. Es geht um eine Vertreterin des Kundalini-Yoga. Das ist eine bedeutende Richtung des Yoga, weil hier das gesamte körperliche und auch kognitive System des Menschen gereinigt wird und so ganz starke Menschen eigentlich der Schöpfung zur Verfügung gestellt werden, die dafür sorgen könnten, dass auch grössere Probleme, wie sie in dieser Zeit uns anstehen, eben gelöst werden können. Und solche Leute haben ganz gewiss die Einsicht in die Notwendigkeit, dass man diese Arbeit eben gemeinsam machen muss. Also mit Einzelkämpfertum geht da gar nichts. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, habe ich vielleicht ganz falsch kommuniziert, ganz missverständlich kommuniziert oder ist Kundalini-Yoga vielleicht doch nicht so weit fortgeschritten? Schauen wir doch mal kurz in die Kommunikation. Es geht ja da um diese Frau Vanessa Mayer, die eben auch, sage ich leider, da auf der Plattform von dem Yoga-Studio Luzern sich befindet und da ihre Angebote da auch anpreist. Ich habe ihr bereits vorangezeigt, dass ich über sie dann auch etwas poste und frage sie da in einem WhatsApp, ob sie diese Ankündigung gesehen habe. Sie antwortet mir dann, ich kenne diese Nummer nicht. Woher kommt die Nachricht? Dann antworte ich, ich dachte, man sieht den Namen bei WhatsApp automatisch. Ich bin Urs Rührsch aus Luzern. Haben Sie meine Mitteilung gestern auch erhalten? Dann schreibt sie, warum erhalte ich diese Infos? In welchem Zusammenhang? Haben Sie meine Mitteilung von gestern nicht erhalten, in der dies steht? Ihr Yoga wird in meinem Post in einem nicht sehr vorteilhaften Licht gezeigt. Das hat damit zu tun, dass Sie sich beim Yoga-Studio Luzern präsentieren. Dort wird zum Beispiel Hexenschuss mit dem Anregen des Feuers der Verdauung therapiert, in Anführungszeichen. Aber auch wenn Sie an meiner Darstellung auf Instagram etwas auszusetzen oder zu ergänzen haben, können Sie mich das gerne wissen lassen. Sie dann, okay, alles klar? Ja, es ist Ihnen ja schon klar, dass Ihr Marktwert sinkt, wenn Sie als Teil des Yoga-Studio Luzern wahrgenommen werden. Sind Sie denn auf die Kundschaft von dort angewiesen? Sie dann, ich bin total unabhängig. Solche Absolutismen im Zusammenhang mit den Realitäten der Erde deuten doch eindeutig auf Menschen hin, die geistig nicht sehr entwickelt sind. Es gibt mir aber doch die Möglichkeit zu versuchen, sie da abzuwerben. Dann sind Sie auch total unabhängig von einem Partner. Wollten wir uns mal treffen? Ich bin mobil. Aber wenn Sie es sich etwas genauer überlegen, merken Sie, dass Sie sich täuschen und eben doch nicht total unabhängig sind. Das sind Verpflichtungen, das sind Vorlieben und Abneigungen. Da sind Sie auch mal krank. Dann kommt da zurück, sie zitiert da mich, darum steht da Du. Dann sind Sie auch total unabhängig von einem Partner. Wollten wir uns mal treffen? Ich bin mobil. Antwortet sie dann mit einem Nein. Ich frage zurück. Angst vor Neuem. Und heute Morgen ergänzt sich da, solche oberflächlichen Unterhaltungen habe ich nicht so gern. Immerhin könnte es ja auch um Yoga gehen. Auch braucht man keine Angst zu haben, sich als Depp zu zeigen, wenn man einfach ungeschminkt so ist, wie man ist. Sie sehen das auch auf meinen Videos. Ich musste mich überwinden, den Perfektionismus abzulegen. Und so zeigt man auch, wo man noch eine Ergänzung gebrauchen kann. Die in unserer komplexen Welt durchaus auch mal von aussen kommt. Die Zeit der Einzelnen, wie es Rhoda Rosalind Schultenberger beschreibt, des Einfachen und des Schöpfens aus dem Inneren. Die Zeit des Intrinsischen ist vorbei. Der Fokus beim Inneren und der Einfachheit. Lange genug auch ist die Frau jetzt dem Vorbild des Männlichen nachgeeilt. Los jetzt, wir gehen heim. Wir lassen den Rest hier liegen. Der Zustand der Welt zeigt uns schmerzlich, dass wir schleunigst lernen müssen, uns nach dem Äussern zu richten. Sonst ist es dann so ziemlich schnell vorbei. Das ist nicht übertrieben. Wissen Sie, wie viel Tier- und Pflanzenarten jeden Tag aussterben? Zusammen erreicht man koordiniert mehr als allein. Auch und gerade, wenn man an sich unabhängig ist. Heute bringe ich die massiven Veränderungen der neuen digitalen Welt, dann auf Instagram. Diejenigen, die etwas können und verstehen, sollten zusammenwirken. Sagen Sie mir bitte nicht, sie sei unabhängig. Die Digitalisierung unterwirft immer mehr Menschen. Der Veränderungsdruck ist gross. Und wir müssen und dürfen selbstverständlich auch, das ist eine grosse Chance, Strukturen aufbauen, um die Hilfesuchenden behandeln zu können. Bei dem Verschwinden des Festen und den entsprechenden Manipulationsmöglichkeiten der Konzerne müssen vor allem Psychosen behandelt werden. Die Vereinigung mit dem Kosmos, oder wie Sie dem sagen wollen, das ist dann bei diesen verschiedenen Systemen verschieden, wird also auch von der Welt her in immer höherer Masse gefördert, erzwungen sogar. Und weil auch Sie etwas davon verstehen, bitte ich Sie hier jetzt um ein Gespräch, wo wir ein entsprechendes, geeintes und deshalb wirkungsvolleres Vorgehen erörtern können. Dann heute Morgen auch Ihre Antwort, Herr Rüsch, ich möchte kein Gespräch und auch kein Hin- und Herschreiben. Bitte schreiben Sie mir nicht mehr alles Gute auf Ihrem Weg, selbstverständlich, aber an Sie bitte, ja, können Sie vielleicht hier verstehen und vielleicht eben auch vermitteln. Vielen Dank.